Ein Titel, auf den ich mich ganz besonders freue. Es gibt einen Auftritt, wie es sie nicht alle Mal in Wetten. Das gibt nicht weniger als 139 goldene Schallplatten marschieren. Jetzt ein, 29 Mal Platin, 26 Grammys. Das hat es noch nicht gegeben. Und natürlich werden also gerade Herrschaften in unserem Alter jetzt glücklich sein, boah, dass ich den mal wiedersehe. Wo sind die Cream-Fans? Hier ist Jack Bruce. Er war Sänger von Cream mit Ginger Baker natürlich zusammen. Jack Bruce ist back. Herzlich willkommen. Jack Bruce ist Nummer 1. Hier kommt der Kopf von Jezro Tull, Ian Anderson. Keiner spielt die Querflöte besser als er. Chaka Khan, eine der heißesten Frauen der Popmusik. Welcome, Chaka Khan. Da ist sie. Und er ist zum 8. Mal bei uns über Siebenbrücken, Peter Maffay. Die Stimme von Blood, Sweat & Tears, David Clayton Thomas. What goes up, must come down. Zwei Weggefährten von Leslie Mandoki aus Ungarn, Laszlo Benka und George Kopechny. Und lange, lange war er nicht mehr zu sehen, Nick Kershaw aus England. Mit ihm kommen sieben Grammys. Der Sänger von Toto, Afrika, Rosanna, Bobby Kimball. Und hier der Mann, der Sie alle zusammengebracht hat, Leslie Mandoki. Eine super Gruppe mit einem Titel, den es so noch nie gegeben hat. Hier sind sie. Die Leute bei Wetten, dass... People in Room Number 8. Leslie hat sie uns gebracht. Ein Medley singen sie unter anderem, der aktuelle Single On and On. Welcome, People in Room Number 8. You've been looking tired Every night for quite a while now There is a fire Always burning out But less than fire in you I miss the wild desire in you I miss the wild desire in you And your eyes Are cold as ice Nobody's calling to rescue me Feeling so lonely Like a refugee Live on the blue side Crying out Crying out for some love And now I feel the heat again Burning you and me More than ever wild and free And now I feel the heat again Nothing you can do I'll never give up again 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 Let the music show you the way To light up your life And break it off your show Some of us feel chosen For a higher call Some of us on the dark side For nothing at all But the prisoner inside Fights in the darkness To know the world and say Some walls are falling Some are still around Some things are fading Some always rebound Life takes you through These highs and lows Time must end and flow Let the music show you the way Show you the way To light up your life And break out of your shell Let the music show you the way Show you the way To light up your life And break out of your shell Let the music show you the way Show you the way To light up your life And break out of your shell Untertitelung. BR 2018 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 Ian Anderson. It's so great to have you here. It's great to be here. Yeah, you had an accident, an Unfallleiter but now it's okay on one leg again. Ah, es geht wieder, huh? Lokomotive press. Good to have you here. Not in a white room, but people in... So. Und alles, alles ging, weil... Nick, so good to see you again. Hi. Nick Kershaw. Danke an alle. Wie ging das, Leslie? Das war sicher ein Nervenspiel, oder? Bis die alle hier waren? Also heute war es ein Nervenspiel, auch gestern und vorgestern, aber während der Plattenaufnahmen haben wir eigentlich überhaupt keinen Stress gehabt. Das war sehr, sehr einfach. Das ging nur von Geheimnummer zu Geheimnummer. Das hat riesen Spaß gemacht und da konnten die Emotionen einfach nur so einfließen in den Studio, ohne irgendeinen kommerziellen Druck. People in Room Number Eight, und das ist das. Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Er hat's wirklich gemacht. Oh, und das ist die endgültige Vergebung. Jetzt, oh, toll. Das ist für dich. Das ist toll. Eine Erinnerung, ja. Und die ist endgültig vergeben. Das war endgültig. Now it's Chaka Khan statt Genghis Khan. Dankeschön und thank you very much. Bye bye. Danke. Tschüss. Danke. What goes up must come down. Spinning wheels gotta go round. David Clayton Thomas.